Ja, da bin wir wegen einem Park gestorben, das ist wirklich so dumm, ne? Ja, das ist wirklich so dumm. Ich hab einfach Exotic Energy geschafft, ich hab's einfach so geschafft, ich hab's geschafft, was? Hä? Was, als ob? Als ob? Äh, geflugt von... 1660. GG, Alter. Ja, ich bin du Körner, Alter. Ich flugleister ist halt auch echt viele kündigen, Mann. The fuck? Jetzt hast du gesagt, geflugst dich, Sir. Ja, okay. Das hab ich gestern noch mal... Ja, du, okay. Aber da bin ich auch ausgerastet. Na, okay. Das ist richtig. Du musst dich Custom Music verwenden, Alter. Ja. Du dachtest, es war Stark Plus One BTF? Hä? Oben links steht da ein X-Frontest-Mode, also... What the fuck? Ja, die Wave ist auch gefühlt, ähm, Devil Bit of Livio High Grip. Das ist nice. Leil, 535 Attempts in Normal Mode, so, also... Schau mal. Ähm, 590... Ah, okay. Jetzt sind schon 700... Es sind 800... 850 Attempts. Das ist voll gut. Das ist übel gut. Das wäre verdammt schwer. Ähm, ja, wenn... The Ultra Face Extinction Gratet wird, das habe ich in 400 Trims geschafft. Und... Ja, die Weekly News werden heute auch wieder geil. Ja. Ja, auch eine Aufnahme wenden.